Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, Bild ist gut, Ton ist gut. Wer mag, kann mir ja gerne mal ein Feedback geben. Hallöchen! Ich komme gerade aus der Nachtschicht, liebe Leute. Seht's mir nach, ich bin komplett durcheinander. Willkommen in Neubrandenburg. Am liebsten würde ich mich jetzt auf die Motorhaube setzen. Ob das Ganze auch gender gerecht ist. Ich bin jetzt hier 70 so Toiletten-Dinger aufgebaut. Also wir werden erstmal ein bisschen vorne mitlaufen und dann gucken wir mal, was unsere schöne Bilder kriegen. Also ihr Lieben mit dem Chat. Schaut mal bitte, was das für ein Tier sein kann. Also, ja, also. Siebentübe Media sind auch dabei. So könnt ihr also immer praktischerweise hin und her wechseln und euch ein schönes Gesamtbild dieser Veranstaltung machen. Wir machen jetzt die Friedenslocke nicht, Leute, sie ist defekt. Wir machen das ein bisschen Zeit! 07, primeira. denn Applaus 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 Ja, Feuer geben. Nee, das machen die nicht. Ich hab das schon mal gemacht. Hab ich auch schon mal einen Polizisten gefragt. Ja, ich sag, nee, es geht nicht. Kann ich ihn dir nicht geben.